Herzlich Willkommen zu Teil 1 unserer Biketouren in der Toskana bei Punta Alla. Punta Alla ist als Mountainbikespot wegen der milden Temperaturen ein ideales Ziel für Herbst, Frühjahr und sogar Winter. Unsere Bilder stammen von Ostern 2022 bei milden Temperaturen um die 20 Grad. Im Hochsommer ist es hier vermutlich zum Biken etwas zu heiß. In diesem Video zeigen wir euch eine Auswahl an Trails im Bereich des Naturreservats von Skalim, direkt an der Küste, wenige Kilometer nördlich von Punta Alla. Die Anzahl an Trails in verschiedenen Längen und Schwierigkeiten ist nahezu unendlich. Es besteht die Möglichkeit für alle Ansprüche eine Tour oder Trails zu finden. Wer noch mehr Eindrücke aus der Region im Bereich Masa Maritima sehen will, kann unser Video Teil 2 ansehen. Viel Spaß bei den Bildern oder beim Nachfahren. Kurzweil im Bereich Masa Maritima Assim angeht. Kurzweil im Bereich Masa Maritima, die Zeit, die Zeit, 30 Minuten den Primärgültig. Kurzweil im Bereich Masa Maritima, die Zeit, wir haben aber auchzeit in einem Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.